Frage Verteidigungsrede Jesu Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, wer nicht mit mir sammelt, der Bitte ergänzen Antwort Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut Verteidigungsrede Jesu Jesus trieb einen Dämon aus, der stumm war Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, da konnte der Mann reden Alle Leute staunten Einige von ihnen aber sagten, mithilfe von Beelzebul, dem Herrscher der Dämonen, treibt er die Dämonen aus Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel Doch er wusste, was sie dachten, und sagte zu ihnen, jedes Reich, das in sich selbst gespalten ist, wird veröden und ein Haus ums andere stürzt ein Wenn also der Satan in sich selbst gespalten ist, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mithilfe von Beelzebul austreibe Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Deswegen werden sie eure Richter sein Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere seine ganze Rüstung, auf die er sich verlassen hat, und verteilt seine Beute Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut Wie wird das? Wie wird das? Wie wird das? Vielen Dank.